hallo zusammen es geht weiter mit fortnite viel spaß beim zusehen wünsche ich euch der vierte tag der null bauen prüfung angefangen und wir müssen wie in den tagen zuvor einen punkt erreichen und für diesen einen punkt gibt es dann das spraymotiv bereit für die schlacht wer acht punkte schafft und vorher es noch nicht geschafft hat das tagesziel zu erreichen bekommt dann den hänge gleiter turbo bodendüsen geschenkt um einen beziehungsweise acht punkte zu erreichen müssen wir es schaffen egal in welchem fortnite null bauen modus unter die besten zehn zu kommen es heißt das ganze können wir in solo duo trio oder auch team spielen wichtig ist dass es ein null bauen modus ist ansonsten gibt es keine punkte ich sie jetzt aber erstmal zu dass ich das ganze in solo mache unter die besten zehn kommen dann habe ich den einen punkt und das spray aber keine sorge wer das heute nicht schaffen sollte weil er nicht spielen kann oder es einfach nicht schafft in acht matches die müssen ja nicht hintereinander sein unter die besten zehn zu kommen hat hier morgen noch die chance bin gespannt was dann morgen auf uns zukommt ich denke mal morgen wird es ein bisschen schwieriger denn morgen muss man vier punkte erreichen um alle fehlenden spray motive zu erspielen die man eventuell bis dahin noch nicht hat und dann kann man ja auch noch den hänge gleiter erspielen ich könnte mir vorstellen dass das morgen schwieriger wird daher sehe ich zu dass ich heute das mit den acht punkten schaffe so dann sehe ich mal zu dass ich das einmal wenigstens schafft oder die besten zählen zu kommen wenn das bisschen taktisch machen wird ein bisschen außerhalb landen sollen sich die anderen erstmal die körper einschlagen wir kämpfen wird zum schluss bei mir also ein bisschen überlebensstrategie ein bisschen hier hier habe ich angesagt ich hoffe So, und damit wäre ich Zehnter. Perfekt. Schade. Vierte, aber gegen das Spray Pump habe ich keine Chance. Sehr gut. Ging schneller als gedacht. Hiermit ist der erste Punkt mein. Und ich werde jetzt, es wird hier angezeigt, mir das Spray bei Fortnite abholen können. Perfekt. Damit habe ich das Spray Mode viral für die Schlacht erhalten. Ich sage dann mal, danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.